ja hallo mein name ist andrea hanheide und ich bin referentin beim kurs festival das wunder von bad meinberg und ich freue mich ich freue mich auf gemeinsames erkennen und erinnern ich freue mich dass wir da einen raum haben hier in der zeit dass wir uns da alle treffen um wirklich zu erfahren wer wir sind für mich ist gerade so die zeit dass dadurch dass immer mehr vergebung in meinem geist und auch bei anderen passiert und jegliche schuld und scham sich immer mehr auflöst so immer mehr dadurch kommt der wir wirklich sind so diese ganze idee auch was auch bei vielen ist so diese schwingungserhöhung ist einfach immer mehr erfahrbar und für mich ist da wirklich vergebung wirklich zu erfahren dass mehr und andere nie was passiert ist der weg dass wir immer freudvoller und immer mehr im jetzt da sind weil wir mal angstfreier sind da freue ich mich total auf hornbad meinberg dass wir das da gemeinsam erfahren hast du eine erfahrung aus dem letzten jahr die du gerne mitteilen möchtest bei dir hängen geblieben ist für mich war das letzte jahr ich habe jetzt keine spezielle erfahrung nur für mich war so der raum da dass das immer mehr alle so ihre mauern runter gefahren haben noch mal so die ganzen ideen wer bin ich wer bin ich in der zeit persönlichkeit und wenn wir das so gemeinsam uns erinnern dass wir das alles nicht sind das ist einfach nur ideen gedanken in meinem geist sind die ich noch halten kann oder die ich auch einfach loslassen kann um purer da zu sein als seele als kind gottes wie auch immer ich es benennen will das ist einfach so ein tiefes erinnern und und das bleibt und wenn wir dann scheinbar wieder rausgehen und sind anderen auch sehen und dann erinnern wir immer weiter und immer mehr und ich glaube da ist jetzt einfach die zeit zu und und doch hatte ich doch einen moment es war in einem seminar da stand ich in meinem gegenüber und wir hatten so beide die idee dass das festival auch wie so eine erinnerungstankstelle ist an der wir wie so mehr wahrheit zulassen davon wirklich in unserem ganzen sein zu auszudehnen die liebe auszudehnen aufhören und sie einen vorzumachen konkurrenz neidlos lassen immer mehr angriff urteil einfach mehr in dem aufzutauchen der wir sind in unserer funktion total glücklicher traum danke ich freue mich sehr dass du dabei bist andrea ja ich freue mich auch sehr wir sehen uns in bad meinberg vom sechsten bis sehnten ja bis gleich ja 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 ja